Noch das Groß-Klein-Level und dann gehe ich nach oben. Die letzte Etage. So, 48 Sterne. Wow. Hat lang gedauert, diese roten Münzen da einzusammeln. Na egal. So, finde die 8 roten Münzen und jetzt kommen wir zu Kurs 6. Ich glaube, das ist sowas von einfach. Ah, ich glaube... Ja, das hatte ich ja freigeschaltet, die Eigenschaft. Daher schau ihm Iglo nach, sage ich nur, ne? Aufgabe, ne? Alles klar. Schau ihm mal im Iglo nach. Okay, wie ich da hochkomme, ich glaube, ich brauche auch den Panzer. Man braucht aber... Oder doch nicht? Ne, man braucht den auf jeden Fall nicht hundertprozentig, aber es ist zu empfehlen. Ja, das vorweg gesagt. Oh, das war glücklich. Und hier ist jetzt wieder der Panzer. So. Ich hoffe, der ist jetzt nicht verloren irgendwie. Ja, knapp. Und jetzt hier hoch. Und... Komm schon, geh hoch. Ja. Iglo! Aber da muss ich reinkrabbeln, das ist lustig. Mama, Mama, Mama. Äh, wie behindert das aussieht. Warte mal. Mach jetzt... Äh, warte. Eben steck dich irgendwie nach... Ach, egal. So, jetzt geht er rein. Zack. Ich wurde angesogen. Jetzt wär's ein Schoppsauger. Okay, wo ist der Stern? Wo ist der... Oh, da. Das ist so einfach. Das ist der einfachste Stern. Wenn man die Eigenschaft freigesch... Äh, schafft hat natürlich. Sonst nicht, wahrscheinlich. Oh, den sammle ich auch nochmal schnell ein. Wo war der? Irgendwo am Anfang. Ah, hier. Ja. Und die letzten Sterne haben wir hier auch eingesammelt. Und haben jetzt 49. Eine noch. Um ins... Äh, Stock... Um in die letzte Etage zu kommen. Schau im Iglo nach. Beendet. Mit 16 Münzen. Schlecht, aber... Immerhin 49 Sterne. Und ich denke mal, ich schau auch gleich mal unten nach. Kann ja sein, dass da... Macht das selber jetzt? Ah, geh doch rauf hier. Na, gehst du rauf? Kann ja auch sein, dass... Ähm... Der Hase wieder da ist. Dann bekommen wir einen geschenkt. Er klimme den Berg. Ganz nach oben. Irgendwas hat's mit dem Affen später noch zu tun. Was genau? Weiß ich nicht. Aber hier ist so eine Schlitterbahn. So eine richtig geile. Die finde ich einfach nur geil. Genial. Muss ich mal sagen. Finde ich einfach nur lustig. Ach, scheiße. Ich drücke immer die falsche Taste hier, wie man sieht. Aber hier gibt's so eine Secret... Wirklich, äh... Eine Secret... Ach, äh... Schlitterbahn. Die erste war ja Peach. Mit Peach da, ne? Okay. Dieser Affe da oben nervt mich. So. Wow. Das war knapp. Ich denke nicht, dass ich hier alle einsammeln kann. Oh, nee, den hasse ich. Der wirft einen immer runter. Oh, scheiße. Wieso nur? Ich bin wieder ganz am Anfang. Ich glaub's nicht. Ich nehm doch den anderen Weg lieber. La, 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 la. Äh, so. Jetzt. Jetzt mal so rüber. Und nochmal so rüber. Oh, knapp. So, jetzt geh ich hier doch lieber lang. Ich seh nichts. Ne, anscheinend kann ich hier nicht so lang. Doch, muss ich. So, mal die Sicht ändern. Ey, ich sag dir, ich will da oben lang. Ach, wahrscheinlich kann ich auch so hoch. So. Na, Tatsache. Ich seh gar nichts. Boah, bin ich jetzt schon wieder? Ich seh nichts. Ey, was ist denn das für ne Scheißsicht hier? Alter, das kotzt mich grad sowas von an. So soll die Sicht sein dann. Ja, so. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, so. Oh, warum fällt der denn da runter? Dieses scheiß Steuerkreuz, ey. Machst du gleich aus. Nein, mach jetzt. Alter, bist du behindert? Ja. Ey, dieses Steuerkreuz ist sowas von schlecht. Ah, immer noch nicht oben. So, oben. Ja. Endlich oben. Bumm. Doch nicht bumm. Ah, jetzt muss ich hier rüber, ey. Das ist die blödste Steuer, wenn ich damit da runterführe. Ah. Da hab ich immer ein bisschen Angst hier. Puh. Und hier ist... Hier ist die Achterbahn. Beziehungsweise Schlitterbahn. Würde ich's mal eher nennen. Hier. Okay. Was ist hier jetzt? Was ist das denn? Was bringt mir das jetzt? Bescheuert. Oh, was? Ich muss hier einmal rum... Ey, das gibt's doch nicht. Ich sag gleich nicht voll runter. Nein! Oh, nein! So knapp. Ey, das ist so behindert, das Spiel. Kauf das bloß nicht. Ah, ich will jetzt hier hoch. Oh, danke. Ey, das gibt's doch nicht. Das war so knapp. Oh, nein. Ey, geil. Äh, nicht schlecht. Das war jetzt Glück, dass ich da hingekommen bin. Gut, den brauche ich für den anderen Stern da. Ja, das Schwierige ist jetzt... Oh, der ist so knapp. Äh, jetzt bin ich da ganz unten, ne? Behindertes Level. Ich hasse das Gemälde hier. Hallo, in die Richtung, du Vollfrosten. Tatsache, ich bin ganz unten wieder. Ah. Oh, der ist doch nicht. Ja. Ja. Dann kann ich mich gut. Ja. Ja. Ich bin ganz unten.